Jungs, aufwachen! Ich bin wach! Na, das ging ja schnell. Zählen wir euch durch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Perfekt, alle da. Dann waschen wir uns jetzt. Ich transformiere mich. Bereit! Oh, ist das toll! Ich will auch! Oh, ist das toll! Trocknen wir euch ab. Und nächster. Dann können wir jetzt mit dem Spiel anfangen. Und was genau spielen wir? Es hat ja geregnet. Und jetzt, wo es trocken ist, könntest du einen Regenbogen geben. Mit ein bisschen Sonne und Glück. Eure Aufgabe ist es, diesen Regenbogen zusammenzustellen. Das hört sich spannend an. Fangen wir mit der ersten Farbe an. Und das ist Rot. Und dann kommt Orange. Als nächstes kommt Gelb. Und ich habe hier Grün. Und hier ist Blau. Und die letzte Farbe ist Violett. Jungs, ihr könnt spielen und ich werde euch etwas zu essen machen. Bis gleich. Hey Jungs, lasst uns durch die Pfützen hüpfen. Kommt, machen wir ein Wettrennen. Haha, tolle Idee. Bereit? Leute, helft mir. Bei mir ist irgendwas schief gegangen. Ich glaube, ich bin kaputt. Halte durch. Wir kommen. Danke, Freunde. Ich bin wie neu. Ich habe die Rennpiste vorbereitet. Kommt, Leute. Ich fange an. Hey, ich stecke fest. Warte, ich schubs dich an. Danke dir. Huch. Huch, jetzt stecke ich fest. Warte, Hilfe kommt. Dankeschön. Ich fahre besser hier durch. Ich zeige euch, wie es geht. Heute machen wir Schnitzel mit Gemüse. Dafür nehmen wir Play-Doh und dieses Förmchen. So. Das ist unser Fleischstück. Und das Fleisch müssen wir jetzt panieren. Hier ist meine Panade. eine Seite. Und die andere Seite. Unser Schnitzel geht jetzt in die Pfanne. Drehen wir den jetzt um. So. Das ist jetzt fertig. Jetzt nur noch das Gemüse dazu. Und das machen wir hier. Machen wir vielleicht einen Gokoli. Machen wir eine Karotte Mh, Scheren, du hast uns Schnitzel gemacht. Genau das Richtige. Mh, sehr lecker. Danke, Scheren. Hallo, Bumblebee? Hm, Bumblebee. Dein Papa ist da. Ich komme, Babs. Tschüss, Scheren. Dankeschön. Ich. Die Jungs kannten ja gerade alle Farben des Regenbogens. Welche Farben gibt es noch? Schreibt mir in den Kommentaren. Und dann kommen bald wieder. Bis bald. Tschüss.